So und da sind wir wieder bei Minecraft Und hier ist die Miez Miez Keine Ahnung was die da im Bett macht, aber ist ja auch egal Ähm, MMM, wir wollten Ja, Maul jetzt Wir wollten ja ein Lagerhaus bauen, ne? Wenn ich mich recht entsinne Und unsere Kiste war voll mit Laub, irgendwie Aus ominösen Gründen Und wir hatten fast kein Eisen mehr Also Tun wir erst mal noch mal gucken Was wir so haben, oder was wir nicht so haben Wir können uns mal ein Schiff bauen Von dem ganzen Holz, alt haben wir für Holz Äh, das war das Hier war noch ein bisschen sowas Zuppel und das und dies Äh, äh, äh Bla, 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 Redstone, ja wir wollten auch eine Erntemaschine bauen Aber Bis jetzt kam ich ja nicht so dazu Sage ich mal Äh, was mache ich hier? Machen wir hier noch mal Ein, zwei Scheren, oder drei Machen wir drei, die gehen ja so schnell leer Äh, leer fallen, alle Ähm, dann bauen wir uns mal noch eine Axt Oder zwei Äh, ja wir machen bald was anderes Keine Sorge Wir, äh, halten uns jetzt nicht Sonst wie ewig Äh, ein Sticky noch übrig Alter Äh, sonst wie lang noch hier an diesen Bäumen auf Wobei es ja eigentlich eine schöne Arbeit ist Sag ich mal Also Ich find's toll Eigentlich so Was wir jetzt schon geschafft haben Jetzt ist schon geil Äh, ich hab den Sound ein kleines bisschen runtergenommen Vom, vom Ingame Also der Ingame Sound sozusagen Den hab ich ein bisschen weggemacht Ist aber meiner Meinung nach immer noch relativ laut Oder, äh, ich hab das ein bisschen laut eingestellt hier Dann geht es besser, glaub ich Aber wenn es umso lauter das ist Umso besser Kann ich ja Gegen anschreien Umso lauter rede ich ja Also ist es auch wieder gut Ja So Das, 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 das Ist ja wieder ein Geh her Dar, 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 dar Und bam, und bam Und irgendwie an, 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 an Battle P2, genau Ja, immer noch volles Game Habe ich 3.000 mal gesagt, ja Macht immer noch Spaß In letzter Zeit, also jetzt die letzten Tage Komme ich nicht so zum Zocken, aber das ist ja eigentlich Noch so ein Ja, ich hab mal gezockt und ein bisschen moderiert Nebenbei, ich lade es halt mal hoch Weil ich es anguckt Da guckst du es halt an Da kann ich mich freuen und wer nicht Halt nicht, na, das ist halt Jeden Oh, 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 oh Wollte ich nicht, Entschuldigung Baum, oh Äh, Entschuldigung Baum, genau Äh, schon hier kaputt die Schere, Hoffel Äh, na, ja Äh, finde ich jedenfalls toll, dass Jemand es überhaupt anguckt, wenn Vielzweig Aber haupt jetzt, wenn Vetteltrick 3.000 ist Und so, das ist ja so geile Grafik Und es ist ja bestimmt tausendmal bessere LPs oder wie so Äh, oder wie so fallen Äh, tausendmal bessere LPs wie ich mach Aber, ja, wie gesagt Das halt, meiner Meinung nach Ist das für mich so ein bisschen wie Üben oder irgendwie sowas in der Richtung halt, ne Äh, schade tut es ja nicht Ich bin da mal, ich mach auch nicht Wünfe mehr, mich nicht verliert Dann umso mehr, äh, so Besser wurden wir ja, denke ich Also, so meine Hoffnung zumindest Ich hab ja mittlerweile schon langsam geschafft Das Mikrofon anzupassen Und den In-Game Sound jetzt, glaube ich, auch So halbwegs Und das tut mir die Minecraft-Lessie Im Hintergrund, schön Ja, kann auch sein, dass das jetzt schon wieder zu leise ist Der In-Game Sound Wenn nicht, dann könnte ich halt umstellen Wird auch wieder nur ne Stunde Oder eineinhalb Stunde oder so Aufnahmen machen Denk ich mal, kann sich auch wieder ändern Wie bei Grongonger Da sagt, ach, ich wollte doch mal ein Stündchen aufnehmen Jetzt ist schon wieder, weiß ich Ein Stündchen später Kann mir ja auch passieren, ne Ist ja, ist ja Minecraft, da ist alles möglich Kann auch sein, dass wir uns mal in der Hölle verlaufen Muss man übrigens auch wieder machen Auf jeden Fall, weil wir bald kein Eisen mehr haben Und, ja, erst hab ich gesagt, wir können Eisen scheißen Und jetzt, äh, kein Eisen mehr Hm Ja, passiert halt, ne Das muss ich halt mal so schnell verschätzt Ist halt, bei Minecraft ist es schon ein bisschen extrem Du sammels halt, äh, weiß ich nicht, 1000 Eisen Also 1000 nicht, aber Äh, was ist denn mit Sand Äh, sonst wie viel Eisen Und dann Da hast du keins mehr Deines Digi kommt Noch wirklich scheiße Ja, ist jedenfalls Immer interessant bei Minecraft Hier fällen wir jetzt den großen Baum da hier Da schlossen sich doch etwas Ähm, 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 wenn wir dann aufkommen Überhaupt Ich tun mal hier ein, 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 ein Block hinsetzen Genau Äh, das war verkehrt Ich... Ich krieg hier ne Krise Alter! Mann! Dann setze ich den halt mal Mach ich mal das hier weg Ja genau Äh, was mach ich denn eigentlich? Ich bin eigentlich auch rotes Holz ab, Samminder hier Geht denke ich schneller Als irgendwas anders Sack Ah, das ist ein Wackelbilder Ich hab Rappere Ähm, ich wollte mal fragen Also Wenn jetzt jemand das LP guckt Der auch LPs macht oder irgendwas, na? Oder Erfahrung damit hat Ähm, ich wollte mal fragen Wie das ist Also bei mir Im Video Ist es ja immer so ein bisschen verschwommen Finde ich Also Ich hab jetzt noch die Bitkarte etwas erhöht Auf 5000 War was? Keine Ahnung, 1000 oder irgendwas Keine Ahnung, was weiß ich Sowas in der Richtung Und jetzt hab ich auch 5000 gemacht Ich hoffe es wird besser Aber wissen tue ich es nicht In Minecraft direkt Ist es ja nicht so sehr verschwommen Also Eigentlich ist es nicht verschwommen Ist ja eigentlich nur Grafikeinstellung schnell Und so Aber da Sieh ich jetzt nicht Dass da irgendwas verschwommen ist Oder irgendwie Also wenn da jemand sich auskennt Und mal Zeit hat grad Ehm Ehm Kommentar zu schreiben Scheiße Ähm Wäre ich Sehr dankbar Drüber Ja Ähm Also bitte helf mir Also das ist jetzt so mein Wunsch grad Wäre sehr schön wenn da jemand zerschmelzt Das ist jetzt noch ein Baum Ja ne Oder Ne Oder doch Doch Ne den kann man auch mal mit weg tun Da stört auch ein bisschen Ähm Wir waren glaub ich etwas Holzscheißen Irgendwie Wir tun mal hier das Lump weg Sammeln die überhaupt noch Holz Oder Ja Ok Ich hab schon gedacht wir haben Inventar voll Aber den Baum will nicht so Ja ich tu hier auch noch ein bisschen Das Zeug hier weg Damit wir Den anderen Baum wieder finden Schrägstrich Die Äste die hier Der Baum noch hat Ah Hier ist der andere Baum Ok Weil Ich will nicht dann wieder irgendwelche schwebenden Äste haben Oder Fliegende Bäume Wie auch immer Finde ich etwas Blöd dann immer Ja Tu mal das mal absammeln Mal gucken was der Tag noch so bringt In Minecraft Und Ja auf jeden Fall müssen wir Einen Höhenturm machen Weil Wir kommen echt nicht drum rum Wir haben jetzt so viel Eisen verbraten Wir haben glaube ich Äh Da hast man schlügen 15 Scheren verbraucht Oder so Keine Ahnung Das ist ja Ein bisschen viel Das sind ja 30 Eisen Das ist ja Na ihr wisst schon Ein bisschen Too much Das guten Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Lagerhaus Da hatte ich schon so eine Idee Das so ein bisschen den Berg rein zu bauen Unten Beim Strand Aber Plan B wäre halt hier oben Beim Turm Weil Bei dem Turm sieht auch geil aus glaube ich Das wäre ich auch nicht zu Bekehrt Ich bin mir da noch etwas unschlüssig Und dieser Ast hier stört mich auch etwas Das Wozu Lot Wie geht's Wie steht's Ähm Tun wir mal das hier alles rein Dann So Das wollte ich nicht rein tun Das, das, das Zack, 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 zack So Ähm Den Redstone kann man auch mal mit Drüben rein tun Kommen die Setzdinge auch Wir haben dann halt eine Laubkiste Was soll's Scheiß drauf Ganz ehrlich das Gras werfe ich jetzt weg Dafür haben wir Knochenmehl Eigentlich Mal gucken ob ich es dann überhaupt nehmen Ach ich schmeiß das jetzt erstmal hier alles in die Kiste Ähm Das, das, das Was habe ich denn jetzt noch hier drin Ach ja das Glump habe ich noch Okay Ähm Jetzt gehen wir zurück zum Baum Und sammeln das ganze Holz ein Wenn's noch da liegt Ja das liegt noch da Würde mich auch wundern Wenn nicht Waren ja keine vier Minuten oder wie lange das äh Da bleibt Aber ich finde das immer interessant Immer stirbt Ja Und dann Geht man mal wieder halt dorthin wo man Gestorben ist Und dann ist das Zeug weg Obwohl halt Die Zeit extrem schnell vergangen ist Also das heißt Du denkst halt Ja ich hab ja nur hier mal kurz Bin mal kurz Bahn gefahren Also wenn es weiß ich mit der U-Bahn oder was Und dann War ich ja schon da Und so Und trotzdem waren vier Minuten vorbei Ist manchmal etwas komisch Das Irritiert manchmal etwas Bei Minecraft Weil Also so die Zeileinschätzung meine ich jetzt So ne Ja Ja Tun wir halt mal das ganze Holz abbauen Tralala 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 Weihnachtsmann ist bald wieder da Äh ich brauch nur den Computer Verdammt Ja Ich glaub das wird Das LP lange 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 Noch ein paar hundert Folgen begleiten Wenn ich weiter so mach mit den zwei Folgen am Tag Weil das mit dem Computer das kotzt mich schon ein bisschen an sag ich mal Also ist schon etwas nervig wenn du da hier sitzt Äh Deine Frame Suppression ein und Äh Ja Der Computer schmiert ab beim Rendern oder so Und war ja fast fertig und Ach das ist ja alles kacke gewesen ist das ja Oder ist ja immer jetzt Ist ja immer noch alles kacke Damit man es so sieht Ja mal schauen wie ich das hinkrieg Irgendwie mal Wie gesagt der LP macht Spaß Muss ich sagen Computer brauch ich sowieso irgendwann mal wieder neun Aber Finanziell geht es halt grad nicht so Also abonniert mich damit ich Youtube Partner werden kann Hahaha Ja Also wie gesagt es jeden greif Wer hat mich abonniert gar nicht Aber es wär halt doch schon etwas schön Und jetzt gehen wir ans Bettchen und schlafen erstmal ne Runde Lass ne Runde knacken da hier Wie er es immer gesagt hat So Huiiii Huiiii Äh Bin ich bescheuert Ja ich bin grad irgendwie müde ich weiß auch nicht Ich find grad Ach da hinten Äh Unser Haus äh Unser Haus Unser Loch nicht Wo wir rein müssen Äh Er findet das Loch nicht Hahaha Witzig Hahaha Äh Mieze du stürfst hier im Bett Ich will keinen Fußabstreicher haben Komm Ja Miau komm Ja was die hat es schon alles durchgemacht hat Die hat einen Spitzhack in den Kopf gekriegt Die hat ähm Ich weiß gar nicht was noch war Irgendwas haben sie noch geklatscht letzte Folge ne Weiß gar nicht mehr Weiß gar nicht mehr Ja der hat schon viel durch Arme Miez 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 Müsstest mal einen Fisch kriegen Aber jetzt nicht Keine Zeit Und jetzt brauchen wir erstmal eine kleine aber feine Erntemaschine Denk ich mal Wasser haben wir ja dabei und das andere Zeug tue ich mal noch in die Kiste hier drüben Ja So ähm Ja wenn noch was reinpassen würde Haha Toll Voll Eine volle Kiste voll Laub Vor allem eine volle Kiste voll Laub Es ist ja Mega deutsch und so Ähm M-M-M-Holz-Holz-Holz Ähm Eine Axt könnten wir noch gebrauchen Aber ich hab grad kein Bums-Dings Eisen Da muss ich erst welches machen Aber da hab ich jetzt auch grad keinen Bock Ähm M-M-M-M Das 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 Was brauchen wir jetzt noch alles Die Seeds brauchen wir noch Wo sind die Seeds hin Hab ich die Seeds hier? Ne Hab ich die hier? Ne Hab ich die da? Ne Hab ich die dort? Ne Äh Ja Ich weiß sie's im Dings gibt's nicht aber ist egal Ja Jetzt ist die Frage Wo bauen wir dieses Kack-Ding hin? Brrrr Ich glaub ich geh mal Hier rauf Ach ne das geht glaub ich gar nicht Ähm Ja ich weiß nicht wie mal ranken so rauf kommt Keine Ahnung Kein Plan Gehen wir mal hier rauf Das geht Okay So Zack Zack Dann schauen wir mal Äh Au Verdammt Oh 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 Ich wollte eigentlich an den Baum springen und dann dort hoch aber Das war wohl etwas knapp mit dem Leben Bezahlt Lass mal Steak essen Ja unser Brot ist schon wieder alle verdammte Scheiße Ähm ich baue die Erntemaschine einfach mal Einfach mal einfach mal einfach mal einfach mal Also hier es geht ja hier bergab also baue ich die trotzdem hier hin irgendwie Jetzt ein Skelett wäre natürlich super nice oder irgendwas Ähm Ein Ei Ein Ei will ich jetzt nicht Gibt zwar ein Huhn da unten Äh da unten aber ein Ei will ich jetzt trotzdem nicht Ich baue die jetzt einfach mal Eigentlich spart man erst ein Haus und dann das Zeug Aber sei egal Wie nochmal Naja Wo baue ich denn die scheiß Das scheiß Ding hin Ich will es jetzt auch nicht mitten in der Mitte machen weil Ja noch ein bisschen anderes Zeug gebaut wird und jetzt hier unser Häusli sieht nicht so schön aus aber Erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall Und ich argum schätze ich diese 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 Sandhöhle Äh ich will das dagegen Ähh Äh kaputt gemacht hab Finde ich etwas scheuer Naja bauen wir halt mal hier hin Ähm 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 wie muss ich denn jetzt anfangen warte mal Ich muss erstmal überlegen Oder hier hin Machen wir mal hier und brauchen jetzt so viel Terraforming machen Machen wir mal hier so zack Äh so 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 Das wird jetzt noch glaube ich 3 Etagen Aber halt Ähm 1 Äh es leckt gerade 2 3 4 Wasser 1 2 3 4 Wasser Ähm Oder wird es länger ich weiß gar nicht Ich glaube schon noch das länger als ich jetzt eigentlich wollte aber Hm Hm Hmhm 1 2 3 4 Wasser Okay MMM Ich glaube ich mache erstmal dann So zack Na Äh jetzt habe ich schon wieder Ja 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 okay Wasser okay Hmhmhm Alles klar So Zack 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 Oh So, und da haben wir den ersten Steak Erde schon alle gemacht, toll, freu ich mich. Ja, ich mach erstmal hier alles mit Erde und das können wir dann nochmal wegreisen, oder irgendwie, ne. Das ist ja im Endeffekt erstmal egal, hoffe ich. Andere Maschine habe ich schon ewig nicht mehr gebaut, also wenn ich jetzt hier fail, nicht aufregen. Das ist schon, puh, halbes, dreiviertel Jahr her, dreiviertel Jahr bestimmt schon, was ist das hier? Ja, klotz in der Luft, würde ich nicht haben. War das jetzt schon wieder Nacht, oder? Ne, ok. Und ich wundere mich eigentlich, dass es hier noch nicht geregnet hat. Das überrascht mich etwas, weil im Dschungel regnet es ja sehr viel, eigentlich. Aber ist ja noch nicht so. Ja, das Wasser fließt jedenfalls schön breit. Das ist ja fantastisch, fantastikerisch ist das. Machen wir hier noch so. Zack. Äh, ja, ich weiß, man könnte es anders machen, aber ich will wissen, wie weit das Wasser fließt, weil ich das immer im Kopf hat, weil ich so intelligent bin. Hahaha, intelligent. Hahaha. Äh, das Wasser fließt also bis hierhin. Ähm, ähm, ähm. Oh, toll. Das scheiß Ranken manchmal, also irgendwie nervt es schon ein bisschen. So, also muss das dann hier, und, ja, warte mal, ich hab hier grad, ähm, ja so ein kleines... ...Dingsbums im Fenster, so ein kleines... ...Schild, äh, Update, irgendwas... ...will ich jetzt nicht machen. Äh, was mach ich denn jetzt eigentlich, das ist glaube ich jetzt falsch, was ich hier mach. Also, das ist ja, was mach ich denn, das ist ja, was mach ich denn, das ist ja, was mach ich denn. Also, das ist ja, was mach ich denn, das ist ja, was mach ich denn, das ist klar. Vielen Dank.